Gabor Galei, diese Elf schickt da auf den Platz mit Dongus, der Kapitänin im Zentrum, auch interessant da mit Hagel, der Sieben, Stanway nämlich von Beginn an und Linda Dallmann darf da mit der Zehn auch in der Offensive ran, sie und mit Pendant Magul, auf rechts Mehmeti, die ist gut drauf auch, schießt Tore, wie sie mag. Ist das der Fall? Und los geht's, rein in den neunten Spieltag der Fly-Alarm-Frauen-Bundesliga, die Bayern ganz in Rot, jetzt hier mal mit einem Bock, erster Schuss, erste Gefahr für den Kasten von Martina Torekowitsch. Ja, eigentlich viel Zeit, ganz langer Ball, der ist lang in der Luft und dann geht sie nach und die Gegenspielerin kann sie auch nicht mehr halten, hat das vielleicht ein bisschen unterschätzt hier. Jana Feldkamp, einen Schritt zu spät, was Sandwicken trainiert hatte. Jetzt ist er bei den Bayern, Dallmann, klasse Schuss, Torekowitsch, super Parade auf. Jetzt hier nochmal, Linda Dallmann legt ihn sich auf, rechts und dann ab dafür. Jetzt müssen sie aufpassen, läuft so gut zuletzt, die Bayern sind ein ganz schöner Borken, offensichtlich. Zeigt an, spielt immerhin und die in Leverkusen ausgebildete Dallmann. Jetzt mal ein Standard, könnte was werden für die TSG, der kommt gut und das ist die beste Chance des Spiels für Hoffenheim. Schauen wir nochmal, darf die Standards treten, Feldkamp und am vorderen Pfosten nochmal die Fuß. Zum Abschluss des Jahres, Lohmann, viel Platz, ihre Position, Lohmann. Ah, der sah gefährlicher Auslauf, als er dann war, aber... Ja, noch der Fuß von Mimiti dran gewesen. Gefährlich, die Bayern sind hier drauf und dran, das 2-0 zu machen. Immer wieder haben wir nicht so ungefährlich die Position eigentlich perfekt. Nimmt da so ein bisschen Tainara. Hindert da Krummbiegel am Weiterlaufen, kann sich natürlich auch nicht in Luft. Guter Versuch, aber sehr zentral von Sarah Sadrassi. Abräumerinnen, sondern auch mit einem richtigen Bums, einem richtigen, guten Distanzschuss. Die Bayern machen es gut, die machen es nämlich direkt. Sarah Sadrassi, Lohmann, die Chance und im letzten Moment Dongus dazwischen. VfL, aber erstmal Hausaufgaben selbst erledigen aus Münchner Sicht, Dallmann. Sadrassi, viel Platz und auch Zeit, aber die Worte nicht mehr. Jetzt können wir es gehen, übernaschen, Bang. Aber da ist keine Mitspielerin. Alles fair für Kaney, auch Mimiti, Riesenschuss und der Ball ist gehalten. Alles fair, alles korrekt, dann Mimiti, die super antizipiert. Und Erelita Mimiti, naja, nicht gut genug der Abschluss. Klasse natürlich auch gehalten. Das Ganze war auch kein Abseits. Und dann schnellter, die linke Pranke nach oben. Dallmann lauert, die kriegt den Ball und er steht 2 zu 0. Super Spielzug der Münchnerinnen. Hoffenheim wird gerade stärker und dann erst Caro Simon. Dynamischen Antritt und dann nimmt eben Garabill den Kopf nochmal hoch. Und sieht am zweiten Pfosten, da wartet, da lauert Linda Dallmann. Und macht hier das 2 zu 0 bereits hier. Fünfter Saisontreffer. Super gespielt von den Bayern, Riesenschance aufs 3 zu 0. Und Magul ist die nächste. Zu Verzweifel, klasse Schlag, super Kopfball. Schwer da, noch größere Superlative irgendwann zu finden. Und die Münchnerinnen. Chip, Kopfball und Abschluss. Nur eben der Abschluss. Der darf dann auch sitzen. Da kann sie eigentlich noch einen Schritt gehen. Der unterstützt Standway. Standway. Mit einem guten Auge. Bühl. Schüller. Die Chance. Und es steht 3 zu 0. Wieder Klasse gespielt. Zu viel Platz für die Münchnerinnen. Und den nutzen sie eiskalt aus. Dallmann, das Tor eben selbst gemacht. Jetzt initiiert sie hier. Und Bühl nimmt den Kopf hoch. Perfekt in den Lauf. Gegenspielerin zu weit weg. Und Schüller erst seit wenigen Minuten auf dem Platz. Schiebt ein zum 3 zu 0. Ganz lässig. Mit dem Außenriss. Schon angesprochen. Wird es gleich kommen. Nächste Chance für die Bayern. Sicher. Tufikovic. Dürfenfalls. Spiel machen. Ecke kommt. Dallmann. Guter Kopfball. Und das war die gerade erst. Wir schauen noch mal auf die Ecke. Hier. Neu und Platz. Und sehr alleingelassen. Ronde Hoffenheimer. Defensive. Definitiv zuzutrauen. Dallmann. Linda Dallmann. Technisch so gut. Und dann im letzten Moment geblockt. Der wäre gut gekommen. Aber auch Barcelona am Mittwoch. Vor der Bus-Tast. Simon. Auch ein super Spiel macht. Das muss man sagen. Bei den Bayern einige Leute sehr positiv aufgefallen sind. Hier die Ereingabe. Richtung Sturmtalent. Kett. Und Kappes jetzt nach diesem Abschluss gerade. Nicht schlecht. Auch auf dem Platz. Wenig untergegangen. Jana Kappes auch. Anspannende Spielerin. 26 Jahre. Ist sie jung. Dritte Mal eingewechselt jetzt in der Saison. Werden wir hier nochmal die Szene sehen. Da müsste schon Frankfurt gewinnen. Dass das sich ändert. Franziska Kett super rübergelegt. Schiller. Runde steht. 0 zu 4. Wieder Simon beteiligt. Franziska Kett das 18-jährige Sturmtalent. Er ist uneigennützig nochmal rübergelegt. Und so ist es. Ein Doppelpack. Von Lea Schiller. Den muss sie nur noch über die Linie drücken. Keine Gefahr. Schiller. Zwei Tore. Das muss dann heute wohl auch reichen. Das war es dann auch. Der FC Bayern mit einer ganz eindeutigen Nummer hier heute. 4 zu 0. Gewinnen die Münchnerinnen gegen Hoffenheim. Ganz eindeutig am Ende. Und so auch in der Höhe verdient. Muss man sagen. Der FC Bayern legt vor. Und die Konkurrenz darf dann morgen nachlegen. reisen Sie sich. Der FC Bayern. Das war's für k 5000 Nогatler. Das war's für den Start.